Sie haben erstmal ausgedient. Nach über 50 Jahren verschwindet diese Freileitung heute aus dem Landschaftsbild von Lichnitz, einem kleinen Ort im Lungau etwa fünf Kilometer nördlich von Maria Pfarr. Die Häuser sind mittels Kabi angeschlossen worden. Das heißt jetzt in weiterer Folge, die Freileitungen sind jetzt überflüssig und die bauen wir heute ab und wir werden da ein bisschen was zeigen, wie das von starten geht. Für Sepp und seine Mannschaft beginnt der Tag schon rechtzeitig in der Früh. Es heißt alles auf die Lkw packen und dann ab zur Baustelle. Das erste was es ist, wir schauen einmal auf die Sicherheit, wir kontrollieren ob die Leitung auch freigeschalten ist. Die zweite Partie steht sie vorne mit dem Lkw mit dem Kran auf. Die fahren dann rauf zum Tachständer. Die Seile werden dann runtergezwickt, der Tachständer wird abgeschnitten, die Anker vom Tachständer werden auch demontiert und dann können wir in weiterer Folge zu der Mastenführer gehen und die Masten werden abbauen. Und wenn die Arbeit erledigt ist, dann fahren wir wieder heim. In der Theorie klingt das recht einfach, in der Praxis stellen sich aber oft Probleme in den Weg. Nach nur rund zehn Minuten sind alle Kabel und auch der Haustachständer entfernt. Rund 100 Meter weiter beginnt der zweite Trupp von Sepp bereits mit dem alten Strommasten, dem sogenannten A-Mast. Zuerst heißt es Seile ab und dann schneiden die Männer letztlich den Mast um. Ja, der Baustelle ist bis jetzt super gelaufen, genauso wie es sein sollte. Wenn der Mast jetzt dann am Boden ist, dann wird er zerlegt, die Eisen werden runtergeschraubt, die A-Geschenke oder die Mast-Schenke werden zerlegt in die Einzelteile und dann wird er aufgelegt am Lkw und unsere Arbeit ist erledigt. Sepp ist sichtlich erleichtert. Heute hat alles gut funktioniert. Ohrspitze. Perfekt. Die Lkw bringen die Masten und alle Kleinteile dann nach St. Michael zur Lungau-Zentrale des Salzburg-Netz GmbH. Dort warten sie dann auf ihre fachgerechte Entsorgung.